Was geht ab, meine lieben Rappermittwoch-Freunde? Euer Band Salomo hier und ich sitze hier neben Tierstar und wir sind hier in einer Bühne bzw. in einem Theater, das nennt sich Komödie am Kudamm. Und was diese Ansage gemeinsam mit diesem Theater hier verbindet, Rappermittwoch, ebenso wie diese Bühne hier, hat ein Ende gefunden. Acht Jahre waren wir am Start. Battles, Cyphers, Leute aus Nobodies wurden Stars und ihr die Fans, ihr habt ganz, ganz viel da beigetragen und als allererstes, bevor man darüber diskutiert, wie es weitergeht, will ich persönlich mich bei euch allen bedanken für die letzten acht Jahre. Es waren wundervolle Jahre, es waren auch schwere Jahre, es hatte Höhen, es hatte Tiefen, so wie es im Leben nun mal ist und wie das Leben so ist, alles hat auch irgendwann mal ein Ende. Aber die Sache geht weiter und dazu wird euch gleich Tierstar Andres noch einiges erzählen. Dennoch, all das, was ihr im Vorfeld mitbekommen habt, die Gründe, weswegen ich keinen Bock mehr habe und weswegen Rappermittwoch aufhört, ey, diskutiert darüber, gar kein Problem, das ist meine Beweggründe, aber viel wichtiger ist jetzt, die Sache geht weiter mit Tierstar und Takeover. Ja, Mann, war schon krass, oder? Hey, das waren krasse acht Jahre. Acht Jahre, so viele krasse Leute kennengelernt, krasse Rapper, gute Menschen. Die Szene wiederbelebt. Die ganze Szene, 2009 war es tot, 2010 ging es wieder los und guck mal jetzt, acht Jahre. Aber es geht ja weiter. Es geht auf jeden Fall weiter. Viele Sachen bleiben auch gleich, ich denke nicht, dass alles genau so endet. Nein, wir haben auf jeden Fall ein paar von den Konzepten, werden wir übernehmen, ein paar Konzepte werden abgedatet, Freestyler werden von Texta getrennt, dies, das, so nähere Informationen kommen auf jeden Fall in den nächsten Formaten, wie bei Bars und Delivery. Und was die Leute aus unserer Stadt am meisten freuen, wir haben wieder eine Menge Berlin-Termine. Wir sind back in the Capitol. Bleibt dabei bei Top Tier Takeover, Battle of Honor, Cypher, Freestyle-Turniere, A Cappella, Written Battles, wir mischen alles miteinander. Wir beginnen die Saison auf jeden Fall wieder in Berlin, wir sind back in der Hauptstadt, 1. September, merkt euch das Datum, abonnieres, kommt auf jeden Fall. Und natürlich auch deutschlandweit, jeden Monat, wir haben ganz viele neue Termine gesettet und es gibt auf jeden Fall eine Menge wieder an neuen Leuten. Seid mal jetzt alle ruhig, hey! Ich bin jetzt alle ruhig, hey! Ich bin jetzt alle ruhig, hey! Untertitelung des ZDF für funk, 2017